Können Sie mir einmal Ihren WM-Tipp fürs Finale am Sonntag sagen? Deutschland, auf jeden Fall. Und wie hoch? 2 zu 0. 2 zu 1. 2 zu 1. 3 zu 0. 2 zu 1. 3 zu 2. 2 zu 1. 2 zu 1, schätze ich mal. 3 zu 1. 2 zu 1, würde ich sagen. Boah, kommt gut hin. 4 zu 0. 2 zu 0 für Deutschland. Okay, und was nennen Sie? Ah, 1 zu 0. 2 zu 1. Ja, ich würde sagen 1 zu 0. 3 zu 1, klare Nummer. Hat Argentinien keine Chance? Nee, gar nichts. Auch nicht? Die haben ja Messi und sind eigentlich auch relativ stark. Trotzdem, die sind nicht so stark. Okay. Ja, wir gewinnen. Selbst Holland und Argentinien, wenn die zusammen gegen Deutschland gespielt hätten, hätten die keine Chance. 4 zu 2. 3 zu 1. 4 zu 2. Hi. Hallo, 2 zu 1 für Deutschland sage ich. 3 zu 0. 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 Untertitelung des ZDF, 2020